So, da wären wir wieder. Es gab einige Hinweise. Also zum einen wurde mir nahegelegt, dass ich doch, was die Forschung angeht, in die Richtung von diesen komischen Pumpen da gehen soll. Pumps, die da, dass die hilfreich sein könnten und dass die Solarzellen nicht zu verachten sind und man sie auch replizieren kann. Ja, man wird alles replizieren können, sogar Alien-Artefakte. Solange die so einen blauen Rahmen haben, aber bis zu der Forschung dahin zu kommen, könnte problematisch werden. Ich kann direkt Eisenplatten replizieren? Ah, das ist krass. Achso, das muss dann in den anderen Laboren erforscht werden. Das wurde übrigens auch gesagt, dass ich die Labore doch lieber aus der Zerstörungskiste rausnehmen sollte. Die brauchen wir noch. Und zwar genau dafür. Was seid ihr? Achso, Evolution-Armorzeug. Nee, nee, nee. Gut. Also wir lassen die Forschung da durchticken. Ähm. Ich stelle weiter meine Tränke her. Und dann werde ich jetzt ganz, 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 ganz viele, wo ist Strom? Da. Akkus herstellen und Solarpanels. Was fehlt? Grüne Steine. Und dann teste ich einfach mal, ob wir nicht da ein bisschen was rumtricksen können mit den Solarpanels. Weil wir haben ja recht viel Platz in Anspruch genommen. Platz, der noch nicht so wirklich toll gesichert ist. Aber wir haben recht viel Platz in Anspruch genommen. Das heißt, wir können das alles mit Solarpanels dicht ballern. Gar keine Skrupel. Ja, sehr schön. Haha. Ja, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Ähm. So, die Labore soll ich da noch ausfischen. Zing. Diese Hand kann da drin bleiben, ja. Die Rüstung kann da drin bleiben. Der Drill kann da drin bleiben. Dann wurde noch erwähnt, dass ich die Rohre angucken soll. Da. Ist die Phantom Pipe. Ah. Die sind die neu. Also, ja natürlich sind die neu. Aber sind die seit kurzem neu in dieser Staffel? Äh. Bau mal. Bau mal. Bau mal. Vergleich mal. Wobei, wenn ich jetzt komplett auf Solarpanels gehe, dann müsste ich weder diese komischen Pumpen mir angucken, noch das andere. Also, ja wahrscheinlich töricht irgendwas ich nicht angucke, zu gucken in diesem Modpack. Ja. Wir machen einfach alles. Und ich hätte ganz gerne das Muster schon mal in die Richtung hier getragen. Damit wir da hinten den Solarpark bauen können. Das heißt, ich mache einfach mal so. 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 Autosafe. Jo. Äh. Wann kam eigentlich die Forschung für bessere Strommasten? 7 mal 7. Das könnten wir demnächst schon machen. Die da wollte ich haben. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Es gibt eigentlich dringendere Sachen. Als jetzt mein Muster hier jetzt ordentlich zu machen. Aber dadurch, dass das Muster denn größer ist, habe ich wesentlich mehr Spielraum und kann auch wesentlich tollere Maschinen bauen. Das rationalisiere ich mal so. Und hier machen wir so einen Solarparks und Akkuparks. Und ich sollte vielleicht noch ein neues Labor bauen. Oder allgemein noch mehr. Weil das ist mir viel zu langsam. Bauen noch ein paar rote Tränke, wenn du nicht fertig bist. Und setz bitte Akkus. So. Dum 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 dum. Und dann will ich gleich wieder Giga-Joule-Beträge da sehen, die sich anhorten. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja hoffen. Hä? Sind die nicht verbunden? Doch, sind sie. Ist denn doch Kapazität da? Achso, wir haben gar keinen Überschuss bei dem Tarn gerade. Äh. Ja. Okay. Ne, ne, ne. Keine Abstände da. Pritzel, 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 pritzel. Brech die mal ab. Ich brauche bitte ganz viele Solarpanels. Ich brauche mehr Strom. Auch viel, viel mehr Strom. Dum 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 dum. So. Strom. Wir haben Tag, wir haben Solarpanel, wir haben das ganze Gedöns. Trotzdem nicht hinterher. Da, 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 da. Mach Dinge, mach. Zieh dich mal unten. Komm weg. Ja, also das klappt so auf dem Schwung nicht. Ich sollte wohl wirklich hier unten weiter reparieren. Das eine Ding kommt mit der Kohle zu häufig hinterher. Das da. Und hat fast keine Kohle mehr. Setz bitte noch eine Kiste. Dahin. Mit Kohle. Und da. Da wurde auch noch erwähnt, dass ich mir von Ju von dem da die da angucken soll. Genau. Packed Wood Briquettes und Kohle Briquettes. 19 MJ aus drei Kohle. Das wird in P gemacht. Ja, okay. Gucke ich mir gleich an. Also der Vorteil davon soll wohl sein, einmal, dass sie mehr Brennwert haben als das Eingangsprodukt. Was interessantes Konzept ist. Ähm. Und dass sie halt mehr auf einmal haben. Das heißt, man braucht weniger Platz in den Schmelzdinger da drin. Achso, hier war Kohle. So. Ist eins von euch ein P? Nee, du bist ein C. Was? P war Pulverizer. C ist Crusher. C ist Crusher. Du bist ein Form. Du bist P. Du bist ein Press. Dirt, wet, contain, mud. Oh Gott. Ich sollte nicht wieder mit Dewey-Con-Zeug anfangen. Da, P. P braucht Stahl. Ja, Stahl brauche ich eh, hier andorrend. Oh, warte, ich hole erstmal Standardressourcen ab. Tang, 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 tang. Oh, sehr gut. Dann liefere ich Standardressourcen hier ab. holen wir dafür Stahl da. Bau P's. So, setze P's irgendwo hin. Aber wir hatten schon, ja, das machen wir hier hinten bei den ganzen anderen Uricon-Sachen. Da, du machst bitte. Warum habe ich hier nicht dieses komische Kohle-Zeug? Ich wollte eigentlich jetzt, ich sollte währenddessen wenigstens irgendwas Blutiges machen. Mach Tränke hier. So, wo? Da, Kohle-Brikett. Achso, wird aus Kohle-Dust gemacht. Kohle-Dust wird in C. Mach die ganzen Uricon-Sachen da weg. So, ich hätte jetzt gerne C's. Ja, zwei C's. Und die würden ganz gerne Kohle-Dust herstellen. So, dafür brauchen sie nur Kohle. Wir brauchen also keinen Wasseranschluss von hier unten. Das ist sehr praktisch. Dann machen wir die einfach hier hin. Da, wo die Kohle herkommt. So, da und da. das heißt, euch entfernen wir mal kurz. durch Poluschen macht ihr zehn. Ihr seid krank. So, da, dann machen wir einen Drill hier und einen Drill hier. und ihr liefert das Ganze da lang da runter. So, Ärmchen, schnappen sich die Kohle, tun sich hier rein, machen daraus Kohle-Dust, was super für die Lunge ist. und tun das dann weiter. Hier rein und ihr macht, das ist ein Kohle-Stack. Oh, geil, jetzt muss ich wieder Kopf, ups, hinsetzen, Kopf rechnen. Ein Kohle hat einen Brennwert von acht. Wie viel Dust kommt raus, wenn man einen Kohle nimmt? Drei Kohle, sechs Kohle-Dust. es verdoppelt sich. Okay, also aus einer Kohle wird Kohle-Dust, das macht schon mal, wow, 50% mehr im Jot. Also ein Kohle hat acht, aus einer Kohle kommen zwei Kohle-Dust, die jeweils sechs haben, also zwölf. Er springt von acht auf zwölf. Okay, okay, und jetzt von hey, ach so, dreimal sechs wäre 18, das erhöht das Ganze jetzt von 18 auf 19, und 19 mal drei sind 30, sind 57, das ist schon wieder 57. Da ist jetzt keine Verbesserung drin. Better Handling and Transport. Ja, es ist wesentlich kompakter, das stimmt wohl. Ich glaube, ich bleibe beim Kohle-Dust, obwohl es ist echt so klein. Ja, nee, okay, wir pressen das jetzt bitte in Dida. Dida. Den nächsten Schritt weiß ich echt nicht. 19 im Jot ist eigentlich schon mal ganz schick. Ja, ich glaube, ich bleibe es dabei. So, Ärmchen, brauchen wir Ärmchen. Abbrechen, 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 bau Ärmchen, schmeiß die roten Tränkebitte rein und bau noch ein Labor. Oder drei. So, Tränke rein, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, raus, raus. Da werden Kohle fällt. Machen wir es mal anders. Tut das bitte in zwei Stahlkisten. Ja, ich weiß, die ganze Sache mal in Auftrag gebe und dann wieder abbreche, aber Prioritäten und so. Stahlkisten, Stahlkisten. So, macht das bitte voll mit euren tollen Kohle-Brigatts. Ich brauche Capacitors. Ich brauche ganz dringend Capacitors. Und die ganze Kohle könnte ich jetzt eigentlich unten reinschmeißen. Macht wesentlich mehr Sinn. Ja, also alles, was ich in Kohle habe, schmeiße ich jetzt runter. Danach setze ich mich wieder ran, euch und euch zu bauen. Und dann, ja, also ich muss beides noch nutzen. Dann würde ich aber ganz gerne das hier auseinander reißen und würde ich das ganz gerne so bauen, wie ich das Original auch vorhatte. Nämlich das Ganze getrennt. Unten wirklich Wasser, den Abschnitt nach oben, da dann die Erhitzung irgendwie regeln und dann oben die eigentlichen Boiler hin. Aber ich kann es momentan nicht leisten, die abzureißen. Ja, absolut nicht. Schade, schade, schade. Oh Gott. Ja, das hat bestimmt auch irgendjemand erwähnt. Ich habe es überlesen dann wohl. Ähm, mach mal. Ich brauche ganz viele Rohre. Dicht da hin. Bau Untergrundrohre. Brech die ganzen Sachen ab, die ich gerade dazwischendurch gemacht habe. Ich habe nämlich das obere Ding gar nicht verbunden. Äh, das da. Momentan läuft das Wasser von hier nach da, da hoch, da irgendwie rein, wieder zurück, dahin, wird es da nochmal aufgewärmt und fließt hier Pingpong. Das kann nicht gut sein. Also geht bitte von da nach da. nach da. Nach da. Schließe ich da an. Oh. Hä? Hä? Achso, da ist noch Woodenchest. Woodenchest weg. Und die Stonepipes halten wirklich mehr Wasser. Das heißt, wir müssen eigentlich alles durch Stonepipes ersetzen. Wie sieht es mit Kupferpipes aus? Die halten so gut wie gar kein Wasser. Es ist interessant. Ich brauche also mehr Stein. Und hier ganz viele Kohle-Sachen rein. Ähm, ja. Das läuft jetzt hoffentlich erstmal. Was sagen die Akkus? Die Akkus füllen sich ganz langsam wahrscheinlich nicht mal. Mehr. Mehr alles. Mehr alles. Und dann warte ich auf irgendeine Nacht, wo die Akkus voll sind und reiß dann oder irgendeinen Tag und reiß dann unten die ganze Geschichte ab. Und baue sie ordentlich neu auf. Vorher hätte ich aber eigentlich ganz gerne Tanks.